Heute erkläre ich dir, warum ich Battlefield 2042 nicht mehr als vollwertiges Titel ansehe oder wieso ich auch sehr häufig schon Videos raushaue, wo ich sage, dass Battlefield 2042 hier versagt hat oder dort versagt hat. Vorweg müsst ihr verstehen, warum ich diese Aussagen treffe. Ich komme aus einer damaligen Zeit von Battlefield, wo noch alles wirklich in Ordnung war. Das Entwicklerstudio DICE und auch EA, der Publisher, die wir lieben und lieben gelernt haben, haben einige Battlefield-Teile rausgebracht, die richtige Burner waren. Bad Company 2, Bad Company 1, Battlefield 2, 1942 und auch Battlefield 3 sowie Battlefield 4 und Battlefield 1 sowie auch Battlefield 5. Das Grundgameplay stimmte bei diesen Spielen. Ja, und natürlich auch bei den älteren Battlefield-Teilen, die so toll waren und man immer so viel von denen hört, haben auch Fehler gehabt. Bugs, Spielefehler, Grafikfehler und so weiter und so fort, gehörte alles dazu. Aber was ich meine und warum ich meistens immer negativ über ein Battlefield rede wie 2042 aktuell, liegt daran, dass die älteren Battlefield-Teilen eine andere Route eingeschlagen haben. Denn wir leben jetzt aktuell in einer Zeit, wo man jetzt Season Pass hat, einen Battle Pass hat und Spezialisten, die du dann selber kustomisieren kannst bezüglich auf ihren Aussehen und auch auf ihre Fähigkeiten. Früher waren die Vorgehensweisen ein bisschen anders bei Battlefield. Es gab einen Premium Pass, ist sowas ähnliches wie ein Season Pass, also da bekommt man halt zusätzlichen Content noch dazu. Warst du bereit, 50 Euro zusätzlich nochmal auszugeben für das Premium Pass, hast du insgesamt 4 oder 5 Addons bekommen, kommt drauf an, welches Battlefield es war und jedes Addon hatte echt viel Content. Man hatte eine Route Map, also eine Kalender, wo dir angezeigt wird, wann welches DLC rauskommt und alle 3 Monate kam ein DLC raus, Slash Update. Und jedes Update beinhaltete 4 Karten, 5 Fahrzeuge, 10 Waffen und auch Dog Tags sowie Double XP und vieles mehr. Denn eine Sache darf man nie im Hintergrund vergessen, der Premium Pass war natürlich eine Geldquelle schlechthin. EA hat sich dadurch bereichert und hat sich natürlich darüber gefreut, dass sie Umsatz gemacht haben. Aber dieser Umsatz von EA hat sich auch für uns ausgelohnt. Somit konnten sich die DICE-Mitarbeiter kreativ ausleben. Alle 3 Monate gab es ein abwechslungsreiches DLC. Das erste war das Back-to-Karkant-DLC, wo er befasst hat, alte Karten von Battlefield 2 zu remastern. Dann das nächste DLC, Close Quarters, befasste nur enge Kämpfe auf engen Räumen, also eher so ein Call of Duty-Style. Das nächste DLC hatte riesengroße Massenschlachten und hieß Armored Kill, da gab es sogar ein AC-130. Das nächste DLC hieß Aftermath, da gab es zerstörte Gebiete, sogar ein Erdbeben kam manchmal auf. Und Endgame gab es einen kompletten Abschluss von der Reihe. Und dies brachte einige Neuerungen wie Panzerabwurf durch ein Flugzeug, Capture the Flag, Luftüberlegenheit, Modis und vieles mehr. Fazit des Premium Passes hatten wir innerhalb eines Jahres 20 Maps, 27 neue Waffen, 13 Fahrzeuge, 7 Modis und viele Waffen-Skins, sowie auch Double XP-Events und Dog-Tags. Was hat Battlefield 2042 nach einem Jahr? Ja, richtig, wir hatten jetzt 2 Season, das heißt 2 Karten, 2 neue Spezialisten, 5 neue Waffen, 2 Equipments, also Gadgets und 3 neue Fahrzeuge. Dann haben wir natürlich noch neue Waffen bekommen von Portal. Die lasse ich aber aus, weil es sind keine neue Waffen, das sind einfach nur von einem anderen Modus in Arl of Warfare hinzugefügt wurden. Und natürlich dann auch neue Skins, sowie auch in den älteren Battlefield-Teilen. Ja, und bevor Leute mich jetzt anschreien, es gibt auch neue Modis, wie natürlich Luftüberlegenheit, Panzerübermacht, das waren auch einzelne Modis in alteren Battlefield-Teilen, das sind dann schon mal 2 Modis. Dann gäbe es jetzt noch das neue Event, das Liquidator-Event, das wäre ja jetzt taktische Eroberung, das war aber auch in älteren Battlefield-Teilen ein Standardmodus, außer in Battlefield 3. Da gab es als DLC-Feuerschaft zum ersten Mal hinzugefügt wurde, ja, da lässt sich streiten, okay, lassen wir gelten, dann sind es 4 Modis. Somit kommen wir auf eine Referenz von über ein Jahr Support in Battlefield 3, sowie in 2042 zum Gewinner, also Battlefield 3 in dem Fall, mit 18 mehr Maps, mit 10 neuen Fahrzeugen mehr als 2042, Gadget hat wohl hier 2042 Battlefield 3 überholt. Waffen hat aber dafür Battlefield 3 22 mehr in einem Jahr und auch 3 neue Modis mehr als 2042 im Jahr. Ich hoffe, ihr könnt mir nachvollziehen, was ich hier versuche, euch zu erklären. Live-Service funktioniert bei DICE und EA nicht, denn EA, wie alle wissen, gucken auf Geld. Früher noch Verkaufszahlen durch das Premium Pass bekommen, also jeweils 50 Euro oder einzelne DLCs mit 15 Euro angepriesen, heute ein Live-Service, was alles kostenlos ist und die kriegen kein Geld durch die Maps oder auch durch die neuen Waffen etc. Das Einzige, wo DICE jetzt generiert Geld ist in dem Store und auch in den Spezialisten, deswegen gibt es dieses System auch in den meisten Spielen, wo halt dann jeder Spieler seinen eigenen Soldaten kustomisieren kann und Skins im In-Game-Store kaufen kann, um dann diesen Charakter aufzufraschen. Es werden keine Ressourcen und keine Mühen mehr reingesteckt für zusätzlichen Content, für viel mehr Spielspaß. Das interessieren die heutigen Publisher nicht mehr. Dadurch, dass es halt jetzt einen Live-Service gibt, gibt es halt dann mehr Support in dem In-Game-Store. Deswegen sehen wir auch, egal wie Battlefield 2042 einen harten Flop erlebt hat und einen harten Shitstorm erlebt hat, schau dir mal jetzt in den In-Game-Store die Skins an. Für 10 Euro kriegst du ein Bundle, obwohl die wissen, dass 2042 im Unrecht wäre und die er sich eigentlich entschuldigen müssten und uns eigentlich das ganze Geld zurückgeben sollten, wenn sie wenigstens Charakter hätten. Aber nein, wir sehen, EA interessiert nur das Geld und somit gibt es auch im In-Game-Store neue Inhalte jetzt schon mit dem Liquidator-Event für 10 Euro. Also, da merkst du schon, was schief läuft. Die Erfolgsrate verschlechterte sich eigentlich spätestens mit Battlefield 5. Battlefield 5 war ein gutes Game, versteht mich nicht falsch. Ich liebe Battlefield 5 mit dem Ersten Weltkrieg, mit den Waffen, mit der Atmosphäre, die genauso gut war wie Battlefield 1. Aber mit Battlefield 5 kam zum ersten Mal der Live-Service ins Spiel und man sah zum ersten Mal wieder runter Battlefield Lit. Warum war der Vorgänger, also Battlefield 1, vor 5 so erfolgreich? Weil es einen Premium-Pass hatte, man hatte zusätzlichen Content, man hat neue, aufregende Schauplätze erlebt, die man so ohne Premium-Pass wahrscheinlich nicht bekommen hätte. Was haben wir bekommen in Battlefield 5? Richtig, 5 Monate lang gar nichts. Dann bekamen wir eine neue Karte und zwar hieß die Panzersturm. Dann zwischendrin wieder gar nichts, niente. Dann kam das Update Marita und da gab es eine neue Karte zu sehen, die auch sehr hübsch war und natürlich auch sehr gut zum Spielen für Infanteristen. Dann kam ein kleiner Versuch von Operation Underground, also ein Remake von Metro, die alten Spieler wieder zurückzukriegen. Das hat nicht so gut funktioniert und dann legte DICE nach. Und als DICE dann gesehen hat und ihr, oh scheiße, die Zahlen gehen schon runter und es bröckelt ein bisschen, fingen sie an, sich wieder ein bisschen Mühe zu geben und dann kam das Pacific Update raus. Und ja, zum ersten Mal verspürte ich das Gefühl, DICE bekommt Live-Service doch hin. Ich habe mich wirklich positiv überrascht gefühlt und ich habe Pacific Storm angespielt, ich habe die Karten hoch und runter gespielt, Iwo Jima, richtig nice Karte, mit dem Panzer einfach die ganzen Gegner verbrannt habe und es hat sich so gut angefühlt. Okay, das hört sich schon ein bisschen krank an, natürlich nur bezogen auf Spielen, also in echt ist das ein totaler No-Go und man sollte echt keinen Krieg führen. Auf jeden Fall kam dann Battlefield 5 wieder nicht hinterher, da gab es irgendwie eine Lücke, wo es nichts gab und dann kam das letzte Update mit ein paar neuen Karten und ein paar neuen Waffen. Und dann war es ruhig um Battlefield 5. Battlefield 5 offiziell Support Ende und da war ich schon sehr traurig. Es gab kein D-Day, es gab keine Schlachten, die man wirklich kannte wie aus Berlin und das fehlte dem Spiel, weil es halt ein Weltkrieg-Shooter war. Dann kam 2042 raus, eine Hoffnung für alle älteren Battlefield-Spieler wie mich eingeschlossen, die auch die älteren Battlefield-Heile gespielt haben, wie Bad Company 2 und Battlefield 3. Und man hat gesehen, wow, es sieht aus wie Battlefield 4, hoffentlich wird es wie Battlefield 4 mit Levelution, mit Zerstörung. Dice teased er auch mit kleinen Teasern an, dass es auch massig neue Zerstörungen gibt, dass man ein ganzes Gebäude in den Schutt und Asche legen kann. Man hat viel mehr Möglichkeiten als in Battlefield 4 und dann kam die Beta und wir haben gesehen, ja, es ging fast nichts kaputt. Die Zerstörung wurde runtergesetzt, die Klassensysteme, die wir aus früheren Battlefield-Teilen kannten, gibt es nicht mehr und einiges mehr, was halt die Community verärgert hat. Also eine erneute Enttäuschung nach Battlefield 5 vorzeitigens Ende und das traf mich echt sehr. Und wenn wir jetzt immer weiter hinaus in die Zukunft blicken für 2042, sieht es auch in dem Game nicht mehr gut aus. Die Spielerzahlen gehen runter und auch dieses Spiel wird aussterben. Man kann es nur noch herauszögern und das tut Dice nämlich. Sie machen das mindestens noch, hauen noch ein paar Maps raus, ein paar einzelne Waffen, von Portal nehmen sie noch Waffen hinzu. Das war wahrscheinlich anfangs auch nicht geplant und da sollte eigentlich wahrscheinlich auch mehr Content hinzugefügt werden. Dies wurde alles gestrichen und nun wird halt auf Sparflamme versucht, das Spiel am Leben zu erhalten. Aber hey, ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen, aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher und ich kann euch jetzt schon mein Versprechen geben, dass nach Season 4 vorbei ist mit 2042. Denn der beste Beispiel ist der dritte Modus, Hessa Zone, der wurde ja so schnell abgesetzt und einfach links liegen gelassen. Warum dann auch nicht mit 2042? Sie arbeiten eh schon an Battlefield 7, höchstwahrscheinlich mit den meisten Entwicklern und hoffentlich besinnt sich Dice endlich mal auf mehr Content und auch auf ein deutlich besseres Spiel. Euch ist ja sicherlich aufgefallen und da spreche ich jetzt auch die älteren Battlefield-Spieler an, dass der Fabian Sigismund, also einer der bekanntesten deutschsprachigen Battlefield-Spieler und auch Content-Creator, auf mein YouTube-Video reagiert hat. Wenn auch nicht gezielt, muss man anmerken, aber er hat drauf reagiert, weil er hat gesucht den Trailer zum neuen Event von Battlefield 2042. Und hierbei kann ich schon anmerken, da kommt ein Video von ihm, hoffentlich und wenn es kommt, lasst auf jeden Fall bei ihm Support da und liebe ich es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt, weil er ist einer der besten Battlefield-Spieler rund um das Franchise. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt einen Ausschnitt von seinem Livestream und dort erklärt er, wie diese Situation zustande gekommen ist, dass er auf meinen Kanal reagiert hat. Und er hat genau die gleiche Meinung wie ich bezüglich dem neuen Event, auch dem neuen Modus hingegen und dass halt ältere Battlefield-Teile deutlich besser waren. Von diesem Battlefield 2042-Event reinschneiden, den ich vorhin erwähnte und fand eben diesen Trailer, runtergeladen, ins Video eingebaut und fand dann, dann wurde mir danach ein Video vorgeschlagen mit dem Test dieses Updates, dieses Events. Und das kam von KDG-Chris oder KTG-Chris oder Chris, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir das angeschaut und währenddessen lief aber auch noch in Premiere mein Video, in dem ich eben gequatscht habe. Plötzlich höre ich mich nochmal quatschen und ich dachte, hä, geht los, mach Premiere aus, höre mich immer noch. Da hatte Chris nämlich sein Video mit Szenen aus meinem GameStar-Video zu Battlefield 3 Close Combat, Close Quarters, wie hieß es? Ähm, starten lassen, wo ich eben damals diese, ähm, das Add-on, das eine von 12, 15, keine Ahnung, Add-ons, äh, getestet habe. Ähm, und schon angetan war davon, wie klein und kompakt, oder es war zumindest was anderes, ne, es war ja dieser Close Quarters, ähm, der warste ja, das waren ganz kleine Karten, es gab keine Fahrzeuge oder nur so Autochin, ähm. Ähm, die Modi waren auch entsprechend angepasst und es war ein wildes Gebolze, war mal was anderes als Conquest und deshalb auch ganz witzig. Ähm, aber ich war sehr verwirrt, weil Chris eben mit meinem Video, sein Video angefangen hat und, ähm, ja, und das hat er dann eben verglichen mit diesem neuen Modus im Battlefield 2042. Der halt gar nicht so ist und dann wieder zeigt, dass dieses DICE-Team gar nicht weiß, was die anderen DICE-Teams gemacht haben und was Battlefield mal war. Puh, 12 Minuten haben wir hinter uns, Leute. Le Kumio. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum ich so negativ eingestimmt bin, bezogen auf Battlefield 2042 oder es geworden bin. Ich habe tatsächlich 2042 längere Zeit, Zeit gegeben, sich zu generieren, weil, wie er es auch gesagt hat, jedes Battlefield-Teil zum Release nicht perfekt war und man hat es so ein bisschen ein paar Monate Zeit gelassen und dann hat es sich auch wieder gefangen, aber 2042 fährt in die Richtung Scheiße und das gefällt mir nicht und deswegen habe ich das auch die letzte Zeit als Video verfasst. Ich hoffe an alle Hater, die da draußen die letzten Kommentare geschrieben haben, ja, wie zum Beispiel, konntest mir nicht bis zum Ende ansehen, schlimm das Geflame, hol dir Minecraft oder Fortnite, bist besser bedient, um 10 Uhr vormittags auf gefüllte Server hoffen, es gibt auch noch Menschen, die was schaffen um diese Zeit. Bei Fortnite wirst du dieses Problem nicht haben. Warum wohl? Lach Smiley. Um es in ein paar Wörtern zusammenzufassen, ich habe dich auseinandergenommen, mein Freund. Aber überwiegend über die Hälfte haben mich positiv bewertet und auch viele Kommentare geschrieben, wie sie das Event finden und dafür bedanke ich mich herzlich und ich bedanke mich auch herzlich, dass du in diesem Video eingeschaltet hast, um auch natürlich herauszufinden, warum ich so negativ eingestimmt bin, hinbezogen auf 2042 und ich hoffe auch, dass du mich jetzt besser verstehst und ich es geschafft habe, dir es zu zeigen. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos, bleibt gesund, meine Freunde und spätestens in Battlefield werden wir uns wieder auf dem Schlachtfeld begebnen. Ansonsten haut rein, ciao. Ansonstenavais Ansonsten 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 Vielen Dank.